So, dann mal ein Hallo und Herzlich Willkommen Freunde. Im Hintergrund seht ihr schon der Wirbelwindbarb. Ich habe gedacht, ich mache euch da ein kleines Skill-Update und Season 25 Update, weil in der Season 25 kamen ja die Soul Shards, also praktisch die Seelensplitter. Und damit ihr wisst, für die Leute, die halt gerne Wirbelwindbarb spielen, was ihr da ändern sollt, beziehungsweise wie sich das auswirkt, gibt es jetzt das kleine Update-Video, auch um hier in den diversen Ranglisten mitzuspielen. Als Best-Build werde ich zwar den Hota deklarieren, das hat so ein paar interne Gründe und spieltechnisch auch, weil ich erwarte, dass der ein oder andere Nerf noch auf den Barb kommt, sprich über den Seelenschad. Aber machen wir mal die Basics, zuerst vielleicht ganz kurz die Talente. Wirbelwind mit Auge des Sturms ist jetzt keine große Überraschung, einfach auch um Ressourcen zu generieren. Aufstampfen mit Zerren und Schmettern für eine Positionierung und natürlich, damit wir unseren Zähigkeitsring aktivieren können. Speer der Urahnen mit dem Schleudertrauma, das brauchen wir für das Positionieren der Gegner, weil wir spielen nämlich mit dem Seelensplitter, welcher eine Feuerfläche am Boden hinterlässt. Und dann ist es halt optimal, wenn in diese Feuerfläche auch noch Gegner reingezogen werden. Zerfleischen mit Blutbad ist mit am Start. Dann Kampfrausch mit Schwerter zu Pflugschaden, damit wir ein bisschen Life-Rack haben und Zorn des Berserkers mit Wahnsinn. Gabe des Bulcatus, Berserkerwut, Gnadenlos und Tobsicht sind die passiven Talente. Wenn ihr euch jetzt denkt, hey Chassie, da fehlt ja komplett ein NAB-Talent. Ja, wir haben das NAB-Talent ja auf unserem Begleiter aktiv. Also es ist egal, welchen Begleiter ihr spielt, da ist immer ein NAB-Talent aktiv. Wenn ihr in der Gruppe spielt, könnt ihr sonst hier von mir aus vielleicht die Berserkerwut gegen das NAB-Talent austauschen. Diese Option wird es geben, weil ganz ohne NAB-Talent würde ich als Wirbelwind-Bab nicht spielen. Wir spielen hier zwar die Panzerskillung. Ich nenne das immer gern so, weil es geht nämlich hier darum, dass wir mit den Ist-Wans spielen, mit den Barklingen, sprich also mit dem Schwert, also mit dem Schurken und dem Schmäher und nicht mit den Bulcatus. Also das muss man vielleicht dazu sagen, das hier ist eine Greater Rift-Skillung und nicht eine Speedfarm-Skillung. Weil beim Speedfarmen nehmt ihr die Bulcatus rein, Movement-Speed, 400% und ab, sondern das ist wirklich die Skillung, die ihr dann für Greater Rifts, keine Ahnung, über 120 oder so nehmt, wo ihr eben mit den Schwertern spielt. Und da kommen wir jetzt auch schon direkt zum ersten Seelensplitter. Essenz der Qual ist drin, und zwar diese Variation mit den Giftschaden. Und das, ihr seht schon, jedes Mal, wenn wir Giftschaden verursachen, wird die Abklingzeit, Bewegungsgeschwindigkeit und so weiter erhöht und der Schaden. Das ist jetzt bis zu 10 Mal stapelbar. Ein kleiner wichtiger Hinweis. In der Testphase war es so, damit dieser Giftsäelensplitter funktioniert hat, musste man das Element Giftschaden draufrollen. Ich habe es jetzt teilweise gesehen, dass es nicht mehr notwendig ist, also das bitte zu überprüfen, bevor, nimmt eine schlechte Waffe, testet das mit einer schlechten Waffe, ob ihr oben, das seht ihr hier, an ganz oben die 1022 bis 1306 Giftschaden, ob ihr Giftschaden braucht, um den Edelstein auszulösen, also den Seelensplitter, der auf dem Edelstein-Slot ist, das seht ihr dann in der Buff-Leiste, oder ob es auch ohne geht, bevor ihr dann eure Primal oder uralte Waffe rollt. Das kann nämlich sein, dass das wirklich notwendig sein wird, das so zu machen. Und den Kopf, das war jetzt das nächste, da spielen wir eben mit der Scherpe, Scherpe des Schreckens. Und hier haben wir eben bei dem Feuerring, nachdem wir 100 Gegner getötet haben, der Tulte bis noch nicht aktualisiert, da steht noch 50, ich glaube ihr braucht 100 Gegner. Und dann, wenn die Feuerfläche damit erscheint, zieht ihr da die Gegner rein und dann geht nochmal einiges an extra Damage. Und deswegen hier auch das Update von den Scherz hier, einmal Scherpe des Schreckens, um das Ganze hier abzurunden und einmal eben Essenz der Qual. Ihr könnt in die Waffe nur eine sockeln, deswegen haben wir in die Offen einen ganz normalen Crit-Gam. Das ist auch ganz wichtig, dass ihr das hier beachtet. Ansonsten ganz das Klassische, wir haben ein volles Wirbelwind-Set, nichts ohne irgendwelche großen Überraschungen. Vielleicht noch ein Kommentar zur Halskette. Es gibt immer wieder Leute, die die besten Liste mit Krümelchens Halskette spielen. Das ist aber sehr, sehr mühselig, weil bei Krümelchen ist ja so, wenn wir Damage kriegen, verlieren wir den 100% Buff und kriegen noch mehr Schaden. Und das Milika lasse es Krümelchen immer ein bisschen, ja, sagen wir mal, relativ mühselig zu spielen. Und deswegen spiele ich jetzt mit einer Halskette, die uns in dem Fall feuerimmun macht. Ihr könnt auch gerne mit einer Halskette spielen, die euch Gift oder Arcan immun macht. Das macht es nämlich dann als Barb wesentlich einfacher, wenn man das so spielt, dass man halt einfach immunisiert ist gegen ein Element. Dazu dann noch Zusammenkunft der Elemente und Einheit, um das Ganze wunderbar abzurunden. Wenn ihr in der Gruppe spielt, dann könnt ihr auch Einheit gerne gegen den Obsidian Ring austauschen. Macht dann auch noch eine runde Sache draus, ist auf jeden Fall auch okay. Ja, dann hätten wir hier das Setup in Kanaiswürfel, natürlich Amboss Stolz, Mantel der Kanalisierung und Band der Macht, um hier noch die restlichen Werte abzurunden. Und dann sind wir mehr oder weniger schon wieder gut dabei für den Wirbelwind. Also meine persönliche Empfehlung wäre es nicht, aber ich gebe euch ja immer ein komplettes Update über die ganze Season. Wer spielen möchte, gerne. Ich würde den Barbar eher als Farmchar mit Wirbelwind, also mit dem Bulcatus spielen für maximalen Speed. Und würde dann halt bei 110, 120 auf den Hotabild wechseln, weil der hat 3 Milliarden Zähigkeit und hämmert die Gegner weg. Ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Ich werde euch den Hotabab hier irgendwo noch verlinken. Dann könnt ihr euch das ja mal in Ruhe anschauen. Wenn es jetzt irgendwelche Fragen gibt, ab damit in die Kommentare. Ansonsten, wie immer, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.